Musik Es waren einmal ein Prinz und eine Prinzessin. Die lebten glücklich in einem Königreich, weit, weit entfernt. Doch eines Nachts kam ein Schatten über das Land. Kabamir, ein schreckliches, unbeschreibliches Monster. Entstiegen aus seiner Grotte, nahm es die Prinzessin mit sich und verschleppte sie tief in den verwunschenen Wald. In eisiger, dunkler Nacht ritt der mutige Prinz durch Nebel und Wind. Das kalte Licht des Mondes leuchtete ihm den Weg zu dem schrecklichsten aller Orte auf dieser Welt. Der Grotte des Kabamir. Der Grotte des Kabamir. Der Grotte des Kabamir. Der Grotte des Kabamir.